Ja, ich stimme mal zu. Start. So, da bin ich. Okay, einen fluschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Heute am Tag, die erste Runde, los geht's. Hui, Fleek. Der Kreisel, überwinde die Hindernisse und renn zur Ziellinie. Na gut, dann machen wir das. Ach, da bin ich. Oh, bin ich ein süßer Franz. Los geht's. Los, los, los. Ach, gibt's hier gar keinen Springen? Nee, gibt's gar nicht. Ach, du Scheiße, was ist das denn hier? Oh, ouch. Das hat wie getan. Hopp. Hopp. So. Los, los, los. Ach, shit. Nein, au, los. Beweg dich. So, zack. Das schaffe ich, das schaffe ich. Los, los, renn. Autsch. Aber das schaffe ich, das schaffe ich. Oh nein, der Wolf. Oh nein, da vorne ist eine Taube. Ich hab schon auf YouTube gesehen, dass die Tauben nicht grad die beliebtesten sind. Aber, au. Nein. Au. Scheiße. Das war nicht so toll. Ich glaub, ich nehm den anderen Weg. Der ist bequemer. Und, hopps. Und, hopps. Hopps. Und, nein. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, ich weiß, so wie ich. Oh mein Gott. Ich hab gesprungen. Ich bin gesprungen. Nein. Nein. Ich bin gesprungen. Warum springt der denn nicht? Los. Bitte nicht die erste Runde versagen. Oh, der ist ein Hotdog. Lecker. Ey, wie soll man da rüberkommen? Oh nein. Oh nein. So. Oh Gott. Jetzt hab ich verstanden, was ich mache. So. 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 Ah. Dafür ist das da. Okay. Okay, was machen die denn da? Qualifiziert. Okay. Dann gucken wir den hier mal zu. Runde beendet. Da bin ich, alle süße Fratz. Mr. Pink hier. Und tschüss. Ach, der Hotdog ist weiter. Lecker. So. Dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. So. Was kriegen wir so schönes, tolles? Auf Fußball hätte ich Lust. Team abschweifen. Okay. Das sollte ich, denke ich, mal hinbekommen. Hol dir mit C einen Schweif und sorge dafür, dass dein Team bei Ablauf der Zeit mehr Schweif hat als die anderen. Okay. Mach ich. Und zack. Bisschen Hampelmänner. Los geht's. Ups. Das mit der Steuerung muss ich nochmal so überarbeiten. Ach, du hast gar keinen Scheiße. Ich will einen anderen. Hä? Was prügeln wir uns hier? Der Typ hat einen. Der Typ hat einen. Ach, das bin ich doch selber. Lul. Moment mal. Du hast auch einen. Ach, ich hab meinen Teammate den geklaut. Ach, du Loser. Tschüss. Ich hab einen Schweif. Ich hab einen Schweif. Ja. Tschüss, du Loser. So. Oh nein. Au. Nein. Nein. Geht weg. Ich mag euch nicht. Bitte. Was ist das denn hier für eine... Ist das hier rote, pinke Krütze oder was? Schnell weg. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tschüss. Hart, du kriegst mich nicht. Das ist mein Schweif. Und zack. Das hab ich getan. Aber lustig war's trotzdem. La la la. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Kann ich eigentlich... Zwei Schweife auf einmal haben? Ich weiß das gar nicht. Ihr könnt ja mal bei dem blauen Typen da probieren. Tschüss. Okay. Komm. Zack. Los. Komm her. Ey. Du rennst mir vor dir gerade weg. Ach. Da war er weg. Okay. Ähm. Tschüss. Ich hab keine Lust mit euch meinen Schweif zu teilen. Los. Renn. Renn. Noch 16 Sekunden. Sehr gut. Was macht der? Ha. Nein. Nein. Los. 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 Nein. Ich hab keinen. 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 Nein. Komm. Du. Du. Hab ich sein? Nein. Ich hab nicht sein. Da der Typ. Der Typ. Der Typ. Nein. Gib mir deinen Schweif. Qualifiziert. Ich bin halt spitze. So. Was kriegen wir jetzt so schönes? Da bin ich ja so ein goldiger Fratz. Na? Auf Wiedersehen, ihr Loser. Und tschüss. Und? Na? Schleimkraxler. Och, das kenn ich. Das soll richtig schwierig sein. Okay, das kriegen wir schon hin. Lauf vor dem Schleim davon und erreiche die Ziellinie. Na gut. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Na? Ja, bisschen Dehnenübungen. So. Los geht's. Ach du Scheiße. Was? Ach du. Autsch. Was soll das? Das ist Schummel nur, damit ihr das wisst, ne? Hahaha. Ich hab dir die Haare geklaut, du Loser. Oh nein. Oh nein. Autsch. Bitte nicht. Moment. Nein. Ich dachte, hier kann man abkürzen. Ja. Hier kann man auch abkürzen. Nein. Nein. Aua. Oh nein. Oh nein. Aua. Das tut so weh. Warum musst du mir so weh tun? Nein. Aua. Was mach ich? Ja, hallo. Könnt ihr mal bitte weggehen? So. So, tschüss. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So. Nein. Ach so. Hier. So. So. Oh, da ist eine Taube. Schnell. Okay. Oh, ich hätte jetzt Lust auf Donuts. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ausgeschieden. Oh. Oh, meiner freut sich. Na? Uhu. Uhu. Ich weiß mal nicht, was die bringen. Irgendwelche Coins? Na gut. Machen wir das mal. Und in die nächste Runde, du kleiner, süßer Loser. Doch, Hunger. Meide, die Zuschnappenden. Türen und renne durch die Ziellinie. Okay. Das, denke ich, krieg ich hin. So. Dann machen wir hier noch ein paar Dehnübungen. Und dann würde ich sagen, los geht's. So. Zack. Los. Los. So. Äh. Komm, 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 komm. Die hier. Autsch. Das hat wir getan. Verpisst euch mal. Ich muss hier durch. Autsch. Kripo im Einsatz. Bitte. Danke. 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 So. Ach, kommt schon. Ihr haltet mich hier die ganze Zeit auf, verpisst euch mal. Alter, was ist das denn? Sieht so hier wie eine Massenhorde aus. Oh nein. Das sind so viele. Los, 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 los. Nein. Wahrscheinlich geht's in dem Moment zu. Oh Gott. Wenn ich das jetzt wieder verliere. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh Gott. Nein. Wie blöd kann man eigentlich sein? Und ich springe auch noch daneben. Na gut. Ihr seid eh scheiße. Tschüss. Und wir kriegen rein gar nichts. Super. Das freut mich doch. Uhuhu. Spindelnde Höhlen überwinde die Hindernisse und renne zur Zierlinie. Wie das immer so schön leicht klingt. So. Jetzt mache ich die fertig. Ach. Ich habe einen Hotdog vor mir. Okay. Das kriege ich hin. Los. Okay. Ich bin einer der Ersten. Das ist schon mal sehr gut. Oh nein. Diese Dreckstaube. Verpisst dich. So. Nein. So. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein. 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 So. Runter. Sehr gut. Okay. 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 Das. Ich nehme den. Tschüss. Okay. Jetzt bitte kein Ball. Nein. Tschüss. Nein. Mach Platz. Nein. Aua. Das tut so weh. Stell nach oben. Och. Was sind das denn links neben mir für Hainis? Was? Nein. Was? Was ist das? Wo bin ich? Ich weiß nicht wo ich bin. Was muss ich hier machen? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ach. Da oben hin. Nein. Geh weg. Geh doch weg. Achso. Hier lang. Gut. So. Ach. Da oben. So. Okay. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Hoffe ich. Glaube ich. So. Was? Als ob es dann nochmal runter geht. Wie asozial ist das denn? So. Zack. 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 Ich weiß nicht was diese Dinger bringen. Aber ich glaube nichts Gutes. Und zack. Als 41. Qualifiziert. Die Taubi ist noch reingekommen. Hallo. Okay ihr Loser. Verpisst euch mal. Ach Trottel. Man bin ich spitze. Okay, Türenlauf Meide die falschen Türen und renne ins Ziel Los geht's Bitte ganz vorne, bitte ganz vorne Bitte ganz vorne Ja, ganz vorne Okay, 30, oh, das ist ja ein sexy Typ da Okay, wo geht's lang? Ja, das ist die richtige Tür, los, los, mach die Arbeit Welche Tür ist es? Ja, danke Autsch, spring mir doch nicht in den Rückgang Ich habe auch Gefühle Alter, es sind immer die zweite von links Ich sag's euch, zack Los, verpies dich, verpies dich, ich hab keine Zeit Ich muss jetzt hier Autsch, Autsch, was? Was? Oh, wenn ich jetzt darunter gefallen wäre Das wäre so ärgerlich Los rüber Ich, oh, ich springe über Menschen Krass, wie ich bin Oh Gott, bitte sei nicht zu spät da Hui Wie überlebe ich das eigentlich, ohne dass ich ein gebrochenes Bein habe? Oh nein, oh nein Los, rein da 29. Ich bin halt ne lebende Legende, was? Okay Auf Wiedersehen Hierotztüten Tschüss Boah, wie die sich alle voll abgehoben fühlen Sprungclub Das sieht lustig aus Spring über den Drehbalken und fall nicht in den Schleim Naja, so schwer kann das ja nicht sein, hoffe ich So Zack Äh Lieber so Okay Ja, dann laufe ich einfach mal mit dem Strom Tschüss Kann man die hier eigentlich auch runter? Wie kann ich Nee, kann ich die nur festhalten? Oder wie sieht das aus? Okay, dort hinten Ich weiß nicht, ob man die auch runterschubsen kann Wenn ja, lasse ich das jetzt einfach mal Weil ich nicht direkt asozial in der ersten Folge sein möchte Oh nein, oh nein Oh Gott Hat der mich erschrocken Einer ist schon ausgeschieden Ja, aber ich nicht Weil ich bin krass Oh nein Wie ich noch springe So Das ist ja hier Riesenspaß qualifiziert Runde beendet So, ihr Saftüten Haut rein Und ciao Achtzehn Na gut Die schalte ich auch noch aus Jo, wenn ich jetzt den ersten Win machen, ne Rock'n'Roll Ist das Fußball? Nein Hä, das habe ich ja noch nie gesehen Schiebt euren Ball als Team über die Ziellinie Um euch zu qualifizieren Okay, ich hoffe Meine Teammates sind gescheit Aber Das sind ja alles Boxer Das heißt Die müssen ja fit sein Los Zack Wie der einfach nur durchrennt Was bist du denn für ein Teammate Okay, los Macht Wir sind die ersten, glaube ich, gerade Okay, ich komme hier gar nicht so richtig an den Ball ran Aber mein Skin Aber mein Skin, der spiegelt voll Oh nein Nein Macht Macht Ach, muss ich da gehen? Gar nicht springen wie bei Fußball Los Los Ja Los Nein So Los 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 Nein Nein Bitte nicht Qualifiziert Ach, ihr seid solche Gentlemen Dankeschön So Wer von euch Loser muss gehen? Ich glaube Team Gelb, oder? Ja Tschüss Self qualifiziert Bergspitze Das ist das Finale Oh super, da spiele ich mit Erreiche die Spitze zuerst Und C Hol dir die Krone Okay Auch die funkelt ja wunderschön Die will ich haben Und ich bin noch erster Okay Los geht's Los geht's Die will ich haben Nein Als ob man da runterspringen Okay, jetzt weiß ich das Fürs nächste Mal schon mal Oh nein Bitte geh weg So, einfach am Rand Was für am Rand Was laber ich Oh nein Haut ab Bitte Nein Nein Aua Das tut weh Was ist denn das hier eigentlich? Kann man die eigentlich für Körper verletzen? Anzeigen Und zack Ach nein Ich wollte geboostet werden Aber ich glaube ich hab's verkackt Ausgeschieden Ja gut Ja gut, das am Anfang hätte ich besser machen können Aber das wusste ich eben nicht Dass es so geht Na gut Dann bist du süßer Fratz Der heutige Gewinner Viel Spaß mit deiner Krone Tschüss Der kommt jetzt in die Hölle Okay Wie heißt denn das 12500 Okay Keine Ahnung Na gut Ich würde sagen Bewehr das Video Montags, Mittwochs und Freitags Um 15 Uhr Gibt's ein brandneues Video Auf meinem Kanal Ansonsten würde ich sagen Haut rein Und ciao Leute Bis zum nächsten Mal Kazoo fuck Hey Oh Oh Bis zum nächsten Mal.